So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind zu dritt mit Sönke und Dima. Endlich wieder back und in Zombie-Modus direkt. Löwchen. Ejho. Wie geht's denn so? So. Also, wir haben hier sechs Maps. Und du unten kannst du nochmal Anfänger und Veteran auswählen. Ich würde sagen, wir fangen bei der ersten Map an. Die habe ich jetzt schon geschafft. Aber dann sind wir auf dem selben Stand. Und einfach Anfänger, ne? Es geht gleich los. Was ist das für eine Musik, ey? Ja. Boah, Digga, die dunklen Wolken. What the fuck? Das sind einfach so schwarze Löcher. Na. Du. Ja. Black War. Black Water? Ah, die Steier. Black War. Du hast das Wasser. Black War. War. Eine War. Das ist meine Maus und Flick. Ja. Ich muss sie hochstellen. Ja, gar nicht. Ausverkauft. So. Dann nehme ich mal eine P2-9, P-9-2. Oder warte mal, konnte man die Deagle auch so weiter upgraden, wie die normale Pistole? Das? Weiß ich nicht. Äh, äh. Ja, die kann man genauso upgraden. Okay, ist also egal, ob man eine Deagle oder eine P-9-2 nimmt. Okay. Schreiben. Dann kommt ja drauf an, welche Waffe du, Pistole du nimmst, damit du die upgraden kannst, Juncker. Ja, ich... Ich hab keine Ahnung, ob ich den einfach Deagle... Ah... Ich guck mal, diese Revolver... Wo ist denn der Revolver? Hallo? Nee? Ach, du hast eine Shotgun gekriegt. Ah, ja. Oder? Nee. Die sind voll schnell die Zombies. Ich hab eine Deagle. Okay. Ja, ich hab jetzt auch eine. Aber es gibt halt auch noch eine Shotgun. Ich weiß nicht, ob die aus dem Automaten... ...kommt, aber die ist auch noch an der Base dann für die Insta-Shotos. Und warum hab ich denn keine Waffen mehr? Ich hab Gegenstände hergestellt. Ach so, Gegenstände... Ah. Am Anfang musst du dir ne Pistole holen aus dem Automaten. Und dann, wenn wir die Sachen aufsammeln, Grace, die haben wir Workbench ab. So. Ja, aber die Waffe ist verschwunden. Hä? Okay. Ach, ich hab's nicht mehr Stimmen. Ach. Fuck. Fuck. was haben wir haben die gleichen pistolen wie du hast du also du kannst andere haben die aber du kannst also du kannst ohne shotgun bekommen aber anscheinend aber keine aus dem arten bekommen das ist auch so eine tier 1 waffe das schießen ist immer noch richtig merkwürdig sage ich dir ehrlich ich kann jetzt schon mal zu einer tommy gun machen oder zu einer p18 man muss gegenstände einsammeln und dann kann man nicht checkt langsam leute du kannst entweder zu einer p18 die diegel machen dann machst du so mp 2 wenn du die zu einer tommy machst dann ist das so der ar zweig mit farmers dann ich glaube ich habe die ganzen materialien von meiner letzten runde noch immer mit ich hoffe das war sogar so ja crazy ich hab ganz viel essen oh oh shit ich finde das voll gut dass die lebensbalken da drüber sind ist ne dose aber sich gegenseitig anschießen also kann man aber wirklich schon was trotzdem dankbar ne ja tank mal dankeschön dankeschön und jetzt kann dir nochmal ach so jetzt hast du getankt jetzt kann ich den starten jetzt habe ich den gestartet ja jetzt sind welche gespawnt da hinten ist ein grüner ja ich komm nicht weg ich komm nicht weg springt er hält der sprung geht nicht ja ich komm auch nicht rüber wieso kann ich nicht aufstehen halt halt sind meine beine verkrüppelt oder was ist ja weird das war irgendwie meine beine verkrüppelt sind oder so aber ich war jetzt nicht ähm im sterben war karina ey war nur verkrüppelt ist merkwürdig muss ich kurz sagen im moment haben wir hier eine werkstatt ja die war weiterhin ja dann kommt bald einer müsste ich muss gar nicht was also wenn ich cool esse Aua aber fuck ich bräuchte ne mehr leben nicht meine ich durch wieviel ne du kriegst nur hunger kann mich mal aufheben zurück hallo wir müssen jetzt mal reinkommen ne ja aber sicher ich werde bald hungrig ja dann fetz dir mal ne tomatensauce rein oh boi oh Perfekt das ist mein erster Hilfe ah super super wie mach ich den hier fressen oh ich hab oh ich glaub Sönke ist schon wieder äh in action ich komm zu euch leute alles was man machen kann ist ja nur äh oh ich kann hier nicht weg weg scheiße ich bin tot ja Mist der grüne ist unten Alter Sönke ich helfe oh Gott hier sind so viele ähm gedacht nach bitte ah bin ich gedaunt die noch? ne die würde ich's hauen zum Glück ignorieren die mich alle oh mein Gott kannst du bitte den äh haupt ja hab ihn jetzt danke ich war unterwegs aber da kam noch ne ganze Armee mir entgegen na na der nimmt dich mit oh mein Gott ist das schlecht geschossen ah so na ja und du blutest komisch ich muss dich gleich mal heilen ich bin slow ja du blutest gerade so bin ich immer noch gedauert oder? ne ne doch ja ist halt okay ahlol ja die kriegen nicht noch nehoff na sove ne schön hinter das da war erstmal eine gemüsesuppe die tötet man da diesen der anzug war hier ist noch eine shotgun da musst du erst mal den wirt töten ja die grünen die haben so eine so eine fleischverbindung zu dem wirt wo schmeißt den hier auf dem dach ich mache ein bisschen trägheitsschlamm hat jemand wasser ich kann nichts kochen irgendwie ich kann dir eine suppe geben ja ja super unglaublich sättigend unglaublich unbelievable es ist gut du die zombies war für ich muss unbedingt diese komischen schießpulver ja die schießpulver dinger die blauen fest die roten fässer sondern wichtigsten eigentlich da brauchst du jetzt einen waffenakku jetzt für komm wenn stefan ich da dann kann ich gar kein wasser mit ihm trinken ich trinke mit dir ich habe nur alkohol und säure ich habe kein wasser ich habe ein hier kommen wo warte noch mal drei zwei eins post ich habe das gefühl da kommt jetzt gleich wieder so eine holy placement wenn man so was sagt das ist krass willst du natürlich was trinken ohne zucker mit vollem geschmack ach Gott dann trink was du möchtest das ist mir egal ja wie seid ihr da runter gekommen äh 3 skill wahrscheinlich ja warte mal äh ne treppe ach ja ok seh ich wow dieses konzept das können ich nicht oh äh die würfelte ja äh könnt ihr bitte nicht blocken die sind bisschen unangenehm naja spiel ist halt eindeutig programmiert ah man äh der dude ist dead es ist definitiv programmiert ja der lebt noch der lebst nur hingelegt ich schieße ihn in die eier ah Mist ist was oh war mach mal war geil Wollen wir noch ein bisschen Schießpulver ja hab ich gefunden hoi Reincarnation Tide Tonicle Balance ja ein bisschen Schweine Eintopf erst Hilfekästen was brauche ich denn für den Upgrade ich brauche ein Schießpulver hab ich kann ich dir geben mein Freund oh sing 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 mit den Rennen ist doch schwierig da hast du nie irgendwas looten können oh ah da oben oh der Manniak oh mein gott da liegt er ist halt richtig scheiße schließt zwei mal und dann bist du tot ja das ist halt die anfangs shotgun hast du die 2er shotgun noch naja ok dann müssen wir vielleicht mal upgraden ich habe aber die pistole also die mal upgraden konnte die shotgun lässt sich aber auch upgraden ich glaube erst so der 5er shotgun oh nein warum denn immer flicht mein gott warum müssen die alle hartnackt sein ja was weil sie dann mehr spenden bekommen ich habe 3000 munition ist das normal ja balance änderung gesehen schon ich habe gecheckert bleib einfach stehen jetzt haben sie eben wollten sie nicht ja ich habe schießpulver schießpulver das mal durchziehen das Spiel ist wirklich durch und durch programmiert an jeder Kante fest Möchtest du lieber deine Pistil upgraden oder für eine MP oder AR oder lieber den Shotgun Ich glaube MP Was? MP Okay, dann guck mal nach was du brauchst Was bräuchte ich denn? MP nein UMP bräuchte ich eine davon Ich glaube ich würde gerne eine UMP haben Warum ist denn Kohl? Ein Schwarzpulver meinte ich Alter Was denn? Kohl ist einfach sättigender als Tomatensoße Ah ok Soße ich habe Suppe gelesen Ja ok Ketchup Ich ja Ketchup Ich weiß jetzt mal ein bisschen Kohl Komm nochmal hinterher Was ist das hier eigentlich? Ach da kann man wieder überleben ne? Oh Leute jetzt brauche ich ja Munition Brauchte ich vorher gar nicht Hast du keine? Nö nö jetzt Jetzt habe ich wieder alles Ich hab das gut Yes 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 Habt ihr alles ähm Dann nehme ich glaube ich mal wieder geguckt Die ganzen Räume Ich glaube Hier hinten noch nicht Oh Schi Schi Spulver Oh ja Heilige Chemikalien Wo ich jetzt auch noch an der Werkbank Na ihr Nasen? Ach so das Der Eingang ist da Ah Leute Na die sind trotzdem Dreck Sag ich mal nach ne? Ja rollo Soll ich den schon starten? Geh mal zur Werkbank Okay Okay Wie brauch ich denn das? Habt ihr hier wieder einen Endboss oder? Äh ja Wir sind sofort durch Oh noch einschießt Oh noch einschießt Nö Oh Gott Hey komm mal von hinten Das ist ein bisschen asozial Shit Brügel bleibt da stehen Oh Cedric wir machen das hier Wer wird in der Heilung stehen? Ja okay Ich brauch auch eine Jetzt machs den Bogen Äh okay Jawoll Oh fuck Ach der Dicke Der Dicke hat mich noch gemacht Ich hab mich gar nicht gesehen ey Ah ist das Hallo Haben wir denn jetzt Äh Zum nächsten Mal die gleichen Waffen Die wir jetzt hier gemacht haben Oder müssen wir wieder ganz von vorne anfangen? Das weiß ich nicht genau Da stehen Da stehen du bist voller Achso Shit Vielleicht lieber nicht upgraden jetzt Weil das ist eh jetzt Ähm wir haben ja eh gewonnen Und dann mal gucken ob wir die behalten Oh nein Äh Stimmt kommen die jetzt nicht von hier Oder kam die hier Ja das war schon die letzte Welle Ja erste Map Level Belohnung C4 Ah da ein Kohlkopf Als Belohnung Ich werd verrückt Endlich Ich wollt schon immer einen Kohlkopf haben Ja Das würd sich anders an Wenn du den äh äh hier verdient hast Anstatt dass du den findest Das ist Das ist ein tolleres Gefühl irgendwie 49 49 Benachrichtigungen Das ist gut Also ich muss sagen ich find den Mond nicht so neust Wegen der schwammigen Steuerung Ja POPG ist schwammig Wollen wir nochmal die zweite Map ausprobieren oder Können wir machen Können wir machen Okay 1 1 1 2 2 4 5